Alter! Alter! Ja, man! Yes, man! Fuck it in, man! Shut it down! Yes, motherfucking shit, man! In die Fresse mit meinem neuen... Yo, Leute! Hallo! Ich grüße euch! Was geht ab? Wir sind wieder am Start bei God of War. So, neue Aufnahme-Session und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Und wenn nicht, dann setzt euch einfach hin, lehnt euch zurück und genießt die Show oder auch nicht. Wir gehen jetzt einfach weiter. Ähm, ja, und brechen erstmal hier diese Stelle ab, ne? So, weiter geht's. Wir müssen erstmal hier einen Punkt finden, hier. Number one. Number one haben wir. Ja, das ist Kratos. Du bist der Knaller, ne? Noch einen. Hä? Wo ist denn der? Da auch noch... Oh, so dicht. Mensch. Wir haben's. Tears-Brücke. Tears. Vater, da drüben! Das ist Tier, aber das mittlere Bild fehlt. Moment, ich dachte, Tier war ein Gott, kein Riese. Das stimmt, doch er wurde von allen gelungen, auch von den Riesen. Außer mir war er der Einzige, dem sie ihre besondere Gabe des Sehens schenken. Hey! Ob die Riesen wohl auch von mir irgendwo ein Triptichon haben? Na sicher, bestimmt, mein Freund. Bestimmt. Alter, bei mir ist das Bild gerade mega dunkel. Ne, jetzt geht's wieder. Dann los. Sie ist dir selbst, Maland. Ich zeige dir, wie man das hieß. Das ist nicht notwendig. Du hast dir so viel gelehrt. Lass mich dir auch etwas beibringen. Ne, ist mir aber zu... Oh, neue Sachen lernen, ist immer so anstrengend. Ach, Junge, ey. Was, wenn du ohne mich einen benutzen musst? Es ist nicht schwer. Das wird niemals passieren. Oh, war das zu schnell? Tut mir leid. Nein, nein. Riechst du etwas? Ja, tue ich. Riecht nach... Regen? Alter. Oha. Alles habt ihr ruiniert. Ich hab den Scheißhammer verdient. Aber jetzt wird jeder glauben, dass ich ihn nur hab, weil Marley weckst. Sie lachen mich aus. Aber wenn ich dich töte, wird niemand über mich lachen. Nein! Nur mal! Bist du dumm? Hast du das von deinem Vater? Oder eher deiner Mutter? Ist sie dumm und hässlich? Sei still! Ich weiß gar nichts! Über meine Mutter! Oh, das stimmt. Aber dich werde ich kennenlernen. Gut sogar. Du wirst jetzt mein neuer Bruder. Aber zuerst töte ich noch deinen Vater. Ich hab ihn kaputt gemacht. Jetzt reicht's! Was ist denn also? Äh, ja. Jetzt reicht's und wir sterben. Nice! Mensch! Saubere Arbeit. Toll. Ganz Emotionen im Arsch. Oh, das stimmt. Aber dich werde ich kennenlernen. Gut sogar. Du wirst jetzt mein neuer Bruder. Aber zuerst töte ich noch deinen Vater. Ja, ja. Ja, ja. Ups. Hab ihn kaputt gemacht. Hahaha. Jetzt reicht's! Nein. Du kleiner Pisser. Komm her. Komm her. Komm her. Nein. Wir sehen uns wieder. Okay, fuck. Fuck, schnell, ey. Schnell. Oh, der Pisser regt mich so auf, ne? Zum zweiten Mal sagt er, wir werden uns wieder sehen. So ein... Ja, so ein Arschloch-Wichser. Alter, schnell. Die ist doch viel zu weit weg. Wir brauchen viel zu lange. Wir hätten schon längst zur Hexe gehen müssen. Schon längst. Aber nein, es heißt, nee, ich schaff das. Nee, geht schon. Zu Freya ist es nicht weit. Naja. Sieht ja schon aus wie ein Zombie, der Junge, ey. Ah, fuck, ey. Jetzt aber schnell. Ich hoffe, wenn jetzt hier noch irgendwas in die Quere kommt und uns irgendwas Großes angreift. Da ist der Junge verloren. Wir wissen ja nicht mal, was mit ihm ist. Was geschieht mit ihm? Ich habe bei Sterblichen gesehen, dass sich ein seelischer Konflikt in einer Krankheit des Körpers manifestiert. Nie war ein Gott, aber... Ein Gott, der denkt, er sei Sterblich. Das muss wesentlich schlimmer sein. Wir sind fast da. Hm. Dass sich das irgendwie nicht verträgt. Anscheinend. In der Seele. Los. Fuck, ey. Unser Junge. Er hat sich zwar manchmal dumm angestellt, aber wir lieben ihn trotzdem. Kleiner Hosenscheißer. Kommt richtig Flashback, wie er sich manchmal so blöd angestellt hat, aber... Ich habe einfach diesen kleinen Knaben lieben gelernt. Und jetzt sieht er aus wie ein Zombie, Alter. Was? Was? Wer bitte? Ich dachte, das kann nur er. Ah gut, die Tür ist diesmal da. Warum laufen wir so langsam, ey? Das kommt mir... Ja, renn mal bitte, Kratos. Verdammt nochmal. Als wäre noch was passiert hier gleich. Viel zu komische Musik. Los! Freya! Freya! Öffne die Tür! Du musst uns helfen! Weib, hörst du mich? Es ist dringend! Ich bin eine Göttin. Verschwinde! Der Junge ist sehr krank! Freya! Er ist krank. Komm rein. Das ist keine gewöhnliche Krankheit. Sein wahres Wesen, dein wahres Wesen kämpft in ihm. Ich bin daran schuld. Hilfst du mir? Natürlich. Bring mir eine sehr seltene Zauberzutat aus Helheim. Der Wächter der Brücke der Verdammten. Ich brauche sein Herz. Hel... Das Reich der Toten. Kennst du es? Nicht dieses. Es ist ein Land von grausamer Kälte. Kein Feuer brennt dort. Und keine Magie aller neuen Welten könnte eins entzünden. Und die Toten? Deine Frostaxt ist machtlos. Du musst was anderes finden. Dann muss ich nach Hause. Zu etwas, das ich mit Schwur begraben hatte. Wer du zuvor warst, ist egal. Wer du zuvor warst, ist egal. Der Junge lebt im Jetzt. Er ist dein Sohn. Und er braucht seinen Vater. Diese Rune öffnet die Brücke nach Helheim. Wenn du dort bist, darfst du die Brücke der Verdammten auf keinen Fall überqueren. Es gibt keinen Weg zurück. Verstanden? Junge. Heimel. Beeil dich. Durch meinen Garten führt ein Pfad zu meinem Boot. Nimm es. Kehre heim. Bleib stark. Tu alles, was nötig ist. Nur bring mir das Herz des Brückenwächters, um deinen Sohn zu retten. Jetzt. Freya. Beim letzten Gespräch war ich... Nein. Du hast recht, einem Gott zu misstrauen. Du brauchst nichts zu sagen. Nicht zu mir, nicht deswegen. Ich gebe auf ihn acht. Der Schwur einer Mutter. Okay. Jetzt ohne unseren Sohn. Ausgerechnet Helheim. Geht's dir gut, Bruder? Ich werde tun, was nötig ist. Lass mich in Ruhe. Wie du wünschst. Na, hier war ja nichts. Oh Mann, ey. Fuck. Das Herz des Wächters, ne? Jetzt müssen wir andere dafür wieder töten. Aber egal. Wenn es um unseren Sohn geht. Scheißegal. Krass. Wir gehen ins Reich der Toten, Alter. Was aufpassen? Oh Mann, reparierten, Alter. Hah! Kritik. Hier. Hier. worthy reset war. Untertitelung des ZDF, 2020 Atena. Aus aus meinem Kopf. Krass, deine Vergangenheit, Alter. Kommt jetzt aus seinem Kopf, ey. Holt ihn jetzt ein. Ich kann mich nur umgucken. Boah. Ihh. Da oben, Alter. Da auch. Mistviecher. Da hinten, schon wieder. Da laufen die überall rum. Scheiße. Und genau da sind wir jetzt gleich, ey. Da sind ja gesagt, unsere Axt bringt nix. Na ja, gleich erfahren wir mehr. Hier waren sie gerade. Oh, scheiße. Ja, ein bisschen Fresse polieren wieder. Diesmal ohne unseren Sohn. Okay, es reicht, Leute, ne? Ja. Na? Wat los? Oh, scheiße, Mann. Komm schon. Komm her. Ach, wir sind wieder zu Hause, oder? Boah, Alter. Let's go, würde ich mal sagen. Wo seid ihr? Wow, du Mistratte, Alter. Schleifst du dich an? Komm her. Wir sind wieder zu Hause. Bam. Noch mehr? Ich glaube, das war's. Okay. Gesundheit heben wir uns mal noch auf. Hier ist noch was Geldes. Verlorene Spielsachen. Drei haben wir von vier. Okay. Gut, ja, jetzt erkenne ich's auch alles wieder. Aber noch was... Nee, das ist Gesundheit, oder? Nee, doch nicht. Doch. Scheiße. Egal. Hätte ich mir sonst gerne aufgehoben. Okay, weiter geht's. Nach Hause. oll bin ich. Nein. Ich Help. Das war's. Nein, das ist jetzt nicht das, was ich denke, oder? Du kannst dich nicht verstecken, Spartaner. Bringe so viel Abstand zwischen dich und die Wahrheit, wie du willst. Das ändert gar nichts. Gib vor, alles zu sein, was du nicht bist. Lehrer. Lehrer. Ehemann. Vater. Doch einer unumstößlichen Wahrheit wirst du niemals entkommen. Du änderst dich nicht. Du bleibst für alle Zeit ein Monster. Ich weiß. Aber ich bin nicht länger dein Monster. Alter. Alter. Ja, Mann. Yes, man. Fuck it in, man. Shut it out. Yes, motherfucking Shitman in die Fresse mit meinem neuen, besser gesagt, meinen alten, mega geilsten Dinger, die ich jetzt gesehen habe. Woo. Motherfucking Shitman. Ja. Na, hab ich schon mal gesehen? Alter. Boah. Flashback, Alter. Flashback von den anderen Teilen. Uh. Mega geil. Alter. Ja. Der Knaller. Wow. Kommt her, Alter. Ich liebe es. Ich liebe diese Waffen. Bam. Was ist mit euch los, ne? Alles gut? Ja. Was ist los? Oh, ist das geil. Ja. Ja. Oh ja, die Klingen werden dir in Helheim gute Dienste leisten. Also, ich glaube, ich sehe dort hinten eine Tür zur Zwischenwelt in deinem eigenen Vorgang. Nimm die Abkürzung zum Weltenreisetempel und dann auf nach Helheim, ja? Alter. Wow. Ich hoffe, ich war nicht zu laut, Alter. Ich war so begeistert gerade. Oder bin es halt immer noch. Also, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ich dachte echt... Oh, meine Nase juckt gerade wieder übertrieben. Ich habe nicht gekokst. Nee, nee. Keine Sorge. Alter Schwede, ey. Ich dachte, wir haben die ganze Zeit natürlich nur die Axt. Dass sie das jetzt noch reingebracht haben, Alter. Hammer. Mega, Leute. Dass ihr das reingebaut habt noch. Mit den alten Waffen. Weiß ich richtig, ich habe... Ja, Kratos ignoriert einfach. Ja, ich höre nichts. Halt dein Maul. So, jetzt können wir hier mal mit... Ja, wir können was verbessern. Oh mein Gott. Ich verliebe mich gerade neu. Elementarkampf. Richtung zu ziehen. Kostkling aufladen. Oh, wir haben ganz viele Punkte. Wir können ganz viel holen. Ein Glück habe ich gesammelt. Beim Ziehen. Okay, okay. Hätten Sie den starken Angriff in der Luft? Ja, genau. Das habe ich vorhin probiert. Ging aber natürlich noch nicht. Wir können alles holen, Leute. Wir können alles holen, Alter. Während des Zielens. Achso, ist schon gekauft. Okay, okay, okay. Muss ich mir alles merken, ey. Fühlen Sie Angriffe in schneller Folge aus. Nehmen wir. Hier, beim Zielen. Zack. Nehmen wir. Hamba, 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 Hamba. Jetzt zwei gedrückt halten. Nehmen wir. Und das nehmen wir auch. Alter. Ich freue mich. Ich freue mich immer mehr. Okay, los geht's. Wir können mal ihn ranholen. Bäm. Alter, geil.